In diesem Zeitlupenvideo sehen wir die Bewegungen eines Lautsprechers. Wir erkunden, warum sich ein Lautsprecher, welcher mit Musik in Form von Spannungssignalen bespielt wird, überhaupt bewegt. Ein Lautsprecher ist folgendermaßen aufgebaut. Im Magnetfeld eines sogenannten Topfmagneten befindet sich eine schwingfähig gelagerte Spule. Die Spule ist über die Lautsprecherkalotte mit einer Membran verbunden, welche wiederum an einem Metallgehäuse befestigt ist. Die Spule wird über elektrische Leitungen mit dem Signal versorgt. Das Ampèresche Gesetz, eines der Grundgesetze der Elektrodynamik, besagt, dass sich um einen stromdurchflossenen Leiter ein magnetisches Feld ausbildet. Fließt nun Strom durch die Spule im Lautsprecher, so bewirkt die Abstoßung der Magnetfelder der Spule und des Magneten, dass sich die Spule und damit die Membran zu bewegen beginnen. Dies geschieht sehr oft pro Sekunde, so dass wir die Luftstöße, welche in kurzen Zeitabständen von der schwingenden Membran erzeugt werden, als Schallwellen wahrnehmen können. Im Video wird ein spektakulärer Effekt erzielt, indem man ein wenig feines Pulver auf die Membran streut. Auch wurden fünf Metallkugeln in den Lautsprechertrichter gelegt, um die Stärke der Bewegung des Lautsprechers gut darzustellen.